Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. War of the Vikings Alpha. Wir sind jetzt direkt nach dem angespielt und ich mache direkt die Let's Play Aufnahme, weil ich einfach nur dieses Spiel geil finde und es gerne zock. Und das sagt natürlich viel aus. Wir spielen natürlich meine Lieblingsklasse, den Bogenschützen. Headshot! Oh, wie süß. So, er hat auch da hinten mal reingeschossen. Jetzt bin ich warm gespielt oder wie sehe ich das? Au, au. Komm mal her, du Bogenschützer, komm mal raus. Oh, schade. Ich versuche mich mal dringend verstecken. So, da stehe ich halbwegs sicher. Dann mal schnell bandagieren. Denn das brauchen wir. Ui, ich höre Pfeile niederregnen. Auch einen gesehen, da vorne. Da zieht ein Bogenschützer auf mich. Da vorne. Ui, ich glaube, der ist da. Dann laufen wir ihm mal in die Hände. Komm mal, Kollege, wo bist du denn? Kollege? Da bist du. Bist du ja gar nicht kurz in Bogenschützung. Och Mann, ich wollte da drauf schießen. Schade. Naja, egal. Wir haben erst so gewonnen. Wir spielen, äh, Saxons. Diesmal. Nicht Vikings. Ich gehe immer auf random zuteilen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. So, dann nehmen wir wieder einen Bogenschützen. Wie gesagt, auch der mehr Bogenschütze spielen. Mua, epic. Gibt nichts Geileres. Macht Bock. Ich bin echt noch gespannt, was für Welten da noch kommen. Hab schon ein bisschen was gesehen, auch in London. Das ich definitiv hier noch nicht gesehen habe. Ähm, sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich muss sagen, es sieht auch alles sehr cool aus. Die Grafiken sind auf Low und es sieht sehr, trotzdem sehr cool aus. Smoky, du hast vorhin einen Scheißrechner. Spielst du auf Low? Ja, ich weiß, aber nicht. Ich hab eigentlich keinen Scheißrechner. Ich weiß nur, irgendwie mag mein Rechner das Game nicht. Keine Ahnung, warum. Vielleicht ist es das SLI, was stört. Das stört meistens. Oh, die sind schon alle da. Das ist ja, das ist ja Käse. Oh, Bogenschütze. Au. Ist aber fies gewesen, dass der mich da einfach reinhaut. Ich heil mich mal, bevor sie kommen. Drei, zwei, geht sich aus. Nein! Was? Der Bogenschütze! Ja, wäre jetzt nicht mal für nötig, mich zu töten. Wo kam, wo war der Bogenschütze? Holy shit! Da, einer tötet mich. Ja, ja, trifft nicht. Jetzt hat er getroffen. Da ist der Letzte von uns, glaube ich. Ja, dürfte der Letzte sein. Ja. Ah, der packt das. Komm. Monsterpenter. Okay. Hey, er hat einen mitgenommen. Nee, es war sein Teamkollege. Wuppi! Ach ja, es ist ein schönes Spiel. Es ist toll. Ich bin dafür, ich nehme jetzt den Axtypen mal und mache mal einen Rush über die Brücke zu den Bogenschützen und zeige dem mal, was Sache ist. Und zwar, bam, bam! Geh wird nicht mehr. So sieht's aus. So, da ist unsere unsichtbare Wand. Die jetzt gleich verschwindet. Was ich mir auch sehr, sehr cool vorstellen könnte, wäre, dass so eine richtige kleine Kampfarena kommt, mit so Türen, die dann aufgehen, dass wir, ey, wenn ein Paradox das machen würde, awesome. Fällt mal gerade jetzt erst spontan ein. Ich hätte ihnen das einander sagen können. Soweit denke ich. Hat er mitbekommen, würde ich denken, ne? So, wir laufen jetzt mal Slalom. Hey, hey, hey. Siehst mich nicht. Oder läuft er weg? Ach, Mensch. Wie schade. Noch hat mich irgendwie keiner gesehen, außer der Bogenschütze, der nicht mal checkt, dass ich noch da bin. So, auch nicht klug, dass ich jetzt... Ach, er hat geblockt. Was ein Sack. Bogenschütze? Du Pisser. Komm nur her, du. Komm nur her, du. So, Tackle. Und... Bäm. Ja, wenn man jemanden nachrennt, kann man ihn, wenn jemanden wegrennt, kann man ihn so umknocken. Habe ich gerade selber zum ersten Mal gesehen. Aber es geht. Ist gar nicht mehr schlecht. Oh, was? Oh, schade. Egal, den Bogenschütze habe ich cool getötet, oder? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich cool gemacht, ne? Aber das ist mir okay, gut gemacht. Und ich wollte dich ja anders begrüßen, verdammte Scheiße. Jetzt muss ich hier Schluss machen und wir machen einen neuen Part. Das Beste, glaube ich, irgendwie. Mensch. Dann gewonnen. Ne, wir haben verloren. Nein. Warum? Sehe ich gar nicht ein. Schaaf. Schaafgeser. Oder so. Frag mich nicht, wie wir drauf kommen. Ehrlich nicht. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Typen. Wechsel mal ein bisschen durch. Ach, wir haben ja immer noch die Wurfaufen. Wir hätten ja immer noch die Wurfaufen gehabt. Yeah, T-Bäcken. Yeah, T-Bäcken. Fuck yeah, T-Bäcken. Yeah, T-Bäcken. Okay, auf geht's. Go, go, go. Ok, ok. Über die Brücke zu den Bogenschützen. Like every time. Der wird wahrscheinlich wieder auf mich warten. Oder auch nicht. Nö. Irgendwie, aber doch. Hat schon auf mich geschossen. Au, der hat mich getroffen. Der ist gar nicht mal schlecht. Das ist, glaube ich, nicht nur einer, der da schießt. So. Ach, nö. Ach, nö. Ich gehe mal da hinten, wo der Bogenschütze nicht hinkommt. Komm nur her. Komm nur her, du. Bam. Komm nur her. Ach, jetzt hat er Angst. Guck wie süß. Das habe ich auch geguckt. Das war es aber nicht. Guck mal. Ei. Oh. Shit. Jetzt traut er sich wieder, oder wie? Oh. Och Mann. Das wäre so schön gewesen, wenn er da allein geblieben wäre. Wie er sich nicht mehr herangetraut hat. Bogenschütze. Wer hat einen? Wo warst du? Warum hast du mir nicht geholfen? Warum schießt du erst jetzt dahin? Och Gott. Dieter, wenn man das nicht selber macht, dann geht's nur in die Hose. Unglaublich. Na? Ist das der letzte? Ne, einer lebt noch an Bogenschütze. Aber nicht mehr lang. Na? Er hat Überlebenschancen. Ich dachte jetzt schon, er wäre tot. Ja, das ist komisch. Dieser Dreh vom Bogenschützen trifft manchmal einfach nicht. Hey, der Bogenschütze hat's geschafft. Schau mal, wie's dem anderen Bogenschützner geht. Dem geht's nicht so gut. Ich kriege einen Chill-Typen. Ist aber auch gemein. Den kannst du nicht treffen, wenn er ausholt. Und das geht sich aber nicht aus, wenn du ihn mit einem... Ja. Special-Schlag triffst. Schade. Brothers in Armour. Ne. Arms. Sieht nur gerade irgendwie komisch aus wegen der Auflösung. Brothers in Arms. Ups. Okay. Äh. Nehmen wir den nochmal. Hat Spaß gemacht. T-Baggen, T-Baggen, T-Baggen. Ich t-bagger jetzt den Stein da. T-Baggen, 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 T-Baggen. Yeah, motherfucker, yeah. Soviel dazu. Auf geht's. Na lass mich doch da... Manch. Lass mich doch da durch. Wird da wieder rüber. Kommt diesmal einer mit? Wär auch zu schön gewesen. So, ein bisschen wackeln laufen. Wir gehen ein Bogenschützen. Weil der wartet da schon wieder. Ja, zieht auch schon her. Schon cool, wenn er auf einen wartet, ne? Hallo, Mr. Bogenschützer. Tschüss, Mr. Bogenschützer. Zwei erwischt. Drei erwischt. Vier erwischt. Sehr schön. Ein Vierer-Killing-Streak für mich. Ey, Hells ist da. Hells, der Typ war im ersten Game dabei, wo ich gezockt hab. Der ist so ein sauguter Spieler. An und für sich. Drum verliere ich momentan so viel. Nochmal, ey. Das war gerade geil. 6-3, sehr schön. Hä, steht 4-3? Der war auch schon mal besser. Egal. Egal. Macht Bock, macht Bock. So, wieder rüber. Wieder von hinten infiltrieren. Kommt diesmal einer mit? Nö. Nö. Aber es kommt einer her. Komm mal. Nö, nö. Ey. Hi, Pinkfuck. Ey, komm doch her, Mensch. Komm doch her zu unserem Epic Battle. Ja, komm her. Das war sehr schwach. Ey, da kommt noch einer. Ey, du Sackbobenschütze. Was ist denn sein eigener? Gute Nacht. Multi-Killstreak 5. Ey, what the fuck. Stimmt, ich bin ja noch nicht gestorben. So was ich jetzt aber auch nicht erinnern mit dir. Ah, nein. Mein Killstreak. Mein Killstreak. Mein Venture Killstreak. Ah. Wir haben gewor- Wir haben verloren. Mit mir. Oh nein. 2-4, schade. Schade, schade, schade. Ja, komm, wir nehmen den nochmal. Wir sind gerade ziemlich gut mit dem. Vielleicht bleibt es auch so, die Runde. Gucken wir mal. Auf geht's. Wieder mal eine Brücke. Da kommt auch schon der erste Angel in Laufen. Hä? Nö. Doch, doch. Oh, jetzt kommt er zu zweit. Oh, mit einem Bogenschützen. Oh, ich drehe um. Oh, ich habe auch einen Bogenschützen. Das sind da ganz schön viele. Wir haben es alle nicht so mit dem Äxte werfen. Na gut, ich auch nicht. Aber das war zu hoch. Oh, das hat getroffen. Das hat getroffen. So, wir machen hier an der Stelle kurz, äh, gleich einen Cut. Und, wenn ich tot bin, machen wir einen Cut. 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 Ich bin nicht tot. Das bin ich, Kollege! Hau mich doch nicht. Komm mal her, du. Komm, wir gehen mal kurz einen Prozess jetzt. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, du. Multi-Killstreak. Fuck yeah. Na, komm nur. Komm nur. Komm nur. Oh, der hat geblockt. Schade. Mein Telefon läutet schon wieder, Mensch. Ah. Jetzt töte mich doch mal einer. Geht doch. So, kurz auf, noch eine Pause. Bis zum nächsten Mal.